Am 23. März war der Ippenbühner Bürgermeister Dr. Mark Schrammeier bei uns im Kepler zu Besuch, um mit den Schülern über wichtige Themen zu diskutieren. Da die Themen und die Antworten des Bürgermeisters für alle Kepler Schüler wichtig sind, erfahrt ihr in diesem Video alles Wichtige. Aber jetzt erst mal zu den Themen. Als aller erstes reden wir über die Medienaufstattung, denn auch über die fehlenden Spielgeräte auf dem Schulhof, die verbesserungswürdige Toilettensituation und zuletzt zudem, für viele wichtigsten Thema, die Verkehrslage vor der Schule und an der Kreuzung Dörnebrink-Wilhelmstraße. Auf Wunsch des Bürgermeisters haben wir die Diskussion nicht gefilmt, aber dafür hört ihr jetzt eine Zusammenfassung von der Diskussion. Also zum ersten Thema, die Medienausstattung. Unsere Schule ist ja eigentlich relativ aktuell, trotzdem gibt es einige Verbesserungsvorschläge. Ihr wisst ja sicherlich, wie langsam das Internet in der Schule ist. Das hat der Bürgermeister auch erkannt und uns deshalb eine Glasfaseranbildung zugesichert. Ein weiteres Problem ist, dass die Schule zwar viele Beamer hat, die aber kaum benutzt werden können, weil wir zu wenig Laptops haben. Auch da hat der Bürgermeister uns Hilfe zugesichert. Außerdem wurde angemerkt, dass die Lehrer oft noch Schwierigkeiten mit den Möglichkeiten der neuen Technik haben. Es würde eine Fortbildung für die Lehrer helfen, jedoch ist die Finanzierung noch nicht geklärt. Ein weiteres Problem ist noch, dass einige der Computer in den Computerräumen nicht funktionieren. Hierzu meinte der Bürgermeister, dass er dieses Thema mit in den Rad nimmt. Durch den Neubau der Gesamtschule ist ja der Wald inklusive Spielgeräten auf dem Schulhof verschwunden. Dies ist vor allem für die jüngeren Schüler ein Problem, da es nun kaum noch Möglichkeiten zum Spielen gibt. Der Bürgermeister hat bei der Diskussion erkannt, wie wichtig Spielgeräte für die Schüler sind und will dies nun im Rat besprechen. Versprechen konnte er allerdings nichts. Was die Spielgeräte angeht, da gucken wir, das nehme ich auch sofort mit, letztendlich, ob wir da eine Alternativlösung für finden. Jeder von uns kennt die Toiletten der Schule und weiß, dass sie nicht die schönsten sind. Auch das wurde angemerkt. Da das Kepler sowieso in der Zukunft renoviert und erweitert werden soll, sind die Toiletten dann auch an der Reihe. Da sind wir auch im nächsten Schulausschuss schon dabei, noch Ende März, und werden da vorstellen, wie die Planungen aussehen für das Kepler. Und ich hoffe sehr, dass wir sehr schnell da auch weiterkommen. Laut dem Bürgermeister sind Gelder zwischen 13 und 14 Millionen Euro nötig, um das Kepler zu renovieren. Ein Großteil dieser Gelder wurde bereits genehmigt, jedoch fehlt noch einiges, sodass mit der Renovierung noch gewartet werden muss. Die Schüler, die mit dem Fahrrad aus Langenbeck und Umgebung kommen, fahren täglich über die Kreuzung und haben bestimmt auch schon das Problem mit der Ampel erlebt. Für alle anderen eine kurze Erklärung des Problems. Wenn man von der Schule über die Kreuzung in Richtung Langenbeck fahren will und die Fahrradampel grün wird, sollten die Autos hier stehen und man sicher über die Kreuzung fahren kann. Aber falsch gedacht. Die Ampel für die Autos, die hinter den Fahrrädern fahren und rechts abbiegen wollen, existiert nicht, sodass sich die Fahrbahn von Autos und Fahrrädern kreuzen und es schon des Öfteren zu Unfällen gekommen ist. Da dem Bürgermeister dieses Thema sehr wichtig war, nimmt er das mit in die nächste Verkehrsschau, wo das Problem zusammen mit der Schülervertretung unserer Schule gelöst werden soll. Zum Schluss das für viele wichtigste Thema. Die chaotische Verkehrslage vor dem Kepler. Besonders morgens und nach der fünften Stunde ist die Straße massiv überfüllt. Auf Fragen der Schüler zu eventuellen Umbaumaßnahmen antwortete der Bürgermeister wie folgt. Eine Ausbauplanung für die Wilhelmstraße vor dem Kepler steht an. Dazu gibt es schon reichlich Ideen, wie die Aufflästerung vor der Schule oder eine temporäre Fahrradstraße. Allerdings ist es nicht möglich, die Straße zu verbreitern. Da das Chaos allen Verkehrsteilnehmern bewusst ist, passieren dort laut dem Bürgermeister wenige Unfälle. Die Schüler sollen dieses Chaos also aufrecht erhalten und auf der Straße fahren und nicht auf den Bürgersteig ausweichen, denn davon gehen mehr Gefahren aus. Also Chaos ist so lange kein Problem, solange das Chaos funktioniert und zu keinen Gefährdung führt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Diskussion ein Erfolg war und der Bürgermeister viele unserer Probleme mit dem Rat besprechen will, jedoch selbst nicht so viele Versprechungen machen konnte. Ich finde, er hat versucht, dort wo es ging, auch klare Antworten zu finden. Er hat auch zugesichert, Zwischenlösungen zu suchen, gerade zum Beispiel was die Spielgeräte angeht oder ähnliches. Von daher finde ich auch, hat er sich da schon deutlich positioniert. Besonders hat mir gefallen die Antwort, dass wenn er jetzt noch keine Antwort hat, dass er auf jeden Fall noch auf uns zukommt, beziehungsweise dass wir auf ihn zukommen können und auch einfach nochmal nachfragen können. Also da war der sehr offen. Und jetzt könnt ihr noch in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr über die Erweiterung des Skeplers wissen wollt, so dass wir ein weiteres Video zu dem Thema machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020